Hallihallo und guten Tag! Jo moin! Wie ihr seht an den Händen, die da so ein bisschen rein tülen, mein Mann ist wieder mit dabei, aus dem ganz einfachen Grunde. Meine Stimme gibt es immer noch nicht her, dass ich ein komplettes Video vertone. Also spätestens in einer Viertelstunde bleibt da dann nur ein Krächzen über. Deswegen hat Maik sich freundlicherweise nochmal zur Verfügung gestellt, um, ich sag mal, das Gros dieses Projekts vorzustellen, die Maße vorzustellen. Ich mache nur einen kleinen Teil, aber den Rest bin ich still. Meistens jedenfalls. Ja, das ist auch mal was und... Ey! Ja, ich versuche hier mein Bestes. Das kriegst du super gut hin, bisher immer. Das ist das letzte Projekt des Workshops. Das ist nämlich die LED-Karte. Drehst du mal runter. Ich zeige euch das mal. Wir müssen mal eben kurz ein bisschen das Licht dimmen. Ja. Und so sieht sie dann aus. Und ich weiß, an diese LED-Karten wagen sich die wenigsten Leute ran. Ich kann euch aber sagen, das ist nicht schlimm. Traut euch. Ihr müsst euch ein bisschen Material dafür besorgen, außerhalb von Stampin' Up, weil LED und was man für den Schaltkreisaufbau braucht. Aber auch das ist nicht so schlimm. Alle Materialien, die ihr braucht, findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Blende ich am Ende des Videos auch nochmal ein. Und wie gesagt, traut euch. Das ist wirklich nicht schlimm und hat einen wahnsinnig, wahnsinnig tollen Effekt. Gerade wenn ihr Familie, Freunde, besondere Leute Karten zu Weihnachten verschenkt, sind diese LED-Karten unglaublich schön. So, jetzt werde ich aber schon stiller. Und wir stellen euch jetzt erst einmal die ganzen Materialien vor und dann legen wir gleich los. Die lasse ich hier mal eben liegen. Ja. Und jetzt, Entschuldigung. Und jetzt ist Mike dran. Dann steige ich jetzt mal mit ein. Genau, ein paar Sachen brauchen wir hier. Das ist natürlich etwas umfangreicher, was die Materialien angeht. Als allererstes, wie immer bei Karten, eine Kartenbasis. Farbkarton Vanille Pur. Mit Maßen schon, ruhig. Ja, ja. Und zwar auf 8,25 Inch mal 5,75 Inch. Und gefilzt wird dann auf der langen Seite bei 4,25 Inch. Das war die Kartenbasis. Anschließend für die Mattung. Das ist die größere von den Mattungen, auf der gestempelt wird. Die hat die Maße 5,25 Inch mal 4 Inch. Jetzt kommt eine schwarze Mattung, die so auf Anhieb hier nicht zu erkennen ist. Die wird von unten drunter geklebt. Hat einen, hatte folgenden Hintergrund. Wir können das nochmal eben nicht dimmen nochmal. Wenn nämlich Sonja drückt, das leuchtet. Man sieht ja so einen kleinen Kranz. Das soll zu sehen sein. Und hier unten drunter ist die schwarze Mattung. Ist diese Mattung nicht da, dann schimmert das an allen möglichen Ecken und Enden durch. Man sieht die Leitung. Man sieht hier so den Aufbau, wie das alles aufgebaut ist. Das schimmert dann alles mit durch. Und das sieht nicht besonders schön aus. Und deshalb praktisch diese schwarze Mattung als eine Art Vorhang, die wirklich nur das Licht an der Stelle durchlässt, wo es auch hin soll. Und da muss ich jetzt nochmal eben kurz reingrätschen. Ich habe an dieser Karte im Vorfeld des Workshops lange daran rumgebastelt. Ich habe einige Fehler anfangs in der Karte gehabt. Da sagen wir auch gleich noch was zu. Unter anderem hat mir von Anfang an nicht gefallen, dass dieser ganze Aufbau, wie Mike das gerade erklärt hat, durchschimmerte. Und dann kam mein glorreicher Mann, der sagte, mach doch einen Vorhang. Und dabei ist dann dieser schwarze Vorhang in Anführungszeichen entstanden. Genau. Der wird also auch gebraucht. Maße halt etwas kleiner dann. Habe ich schon gesagt? Haben wir noch nicht. Machen wir vielleicht nochmal. 5 1 8 mal 3 1 halb Inch. Für den kleinen Spruch hier unten, auch da wird natürlich ein Farbkarton gebraucht in Vanille pur. Und der ist 3 Zoll mal 5 Achtel. Zoll oder Inch. Wie springen wir das deutsche Instrumenten? Du sagst aber Zoll. Aber letztens schon gesagt, oder? Also Zoll und Inch ist das Gleiche. Aber lasst euch nicht verrückt machen von mir. Ein paar Karton brauchen wir noch. Und zwar als Aufbau für den Schaltkreis. Für den Schaltkreis. Der wird halt hier drauf befestigt. Und mit den Maßen 5 Inch mal 3 3 Achtel Inch. So. Der ist für die Batterie. Genau. Für die Batterie. Beziehungsweise für den Schalter dann letzten Endes auch. Ein kleines Stück mit 2 1 halb Inch mal 1 1 viertel Inch. Und gefialzt auf der 2 1 halb Seite bei 1 1 viertel. Also in der Mitte. Jawohl. Das war es an Stampin' Up. Nicht ganz. An Papier. Sagen wir es mal so. Denn kommen wir jetzt nämlich zu den Stempeln. Diese wunderschönen Kugeln, die ich wirklich ziemlich cool finde. Sind vorhanden im Gastgeberinnen-Stempel-Set aus dem Herbst-Winter-Katalog. Wunderbare Wintergröße. Sind sie mit drin. Und ein Stempel-Set kam hier noch zum Einsatz. Nämlich hier für diesen kleinen Lichtschalter-Knopf. Ding. Kann man natürlich auch alles andere nehmen. Letztendlich was gefällt. Aber der Sonja und ich fand das eigentlich ganz schön hier mit dem. Der ist aus dem Stempel-Set. Schönheit des Orients. Schönheit des Orients. Das ist der kleine Junge. Ganz genau. Das Washi-Tape, das wir hier unten drauf haben. Das Motivklebeband ist aus dem Motivklebeband Winterfreuden. Das ist so ein ganzes Set. Aber das wird ein Stück dann daraus genommen. So, jetzt kommen wir zu der Unterkonstruktion. Man sieht, jetzt kommen wir in den Technik-Bereich. Was brauchen wir? Die Batterie. Und zwar ist es eine Knopfzelle. Eine CR2025. Diese kleine Bezeichnung hier ist auch tatsächlich ganz wichtig. Darin unterscheiden sich diese Knopfzellen. Da gibt es diverse von. Und das ist einer der Fehler, die Sonja vorhin erwähnte. Alle schön aufgebaut, auf den Knopf gedrückt. Und es passierte nichts. Beziehungsweise es brannte durchgehend. Irgendwie war immer dieses Licht an. Und hat eine ganze Weile gedauert, bis sie dann dahinter kam, dass es diese Knopfzellen in verschiedenen Dicken gibt. Und mit einer anderen Bezeichnung ist die genauso einen großen Durchmesser, aber etwas dicker und hat damit immer Kontakt. Also CR2025 hat dann genau die richtige Stärke. Ja, wird nachher, wie gesagt, noch auf der Homepage erwähnt, die genauen Bezeichnungen. Die LED, das kleine, gute Stückchen hier, ist eine SMD-LED 5050 in warmweiß. 3-Chip-High-Power. Jetzt haben wir es mal richtig. Alles nachher zum Nachlesen. Kein Problem. Um das Ganze miteinander zu verbinden, brauchen wir natürlich elektrische Leiter. Das passiert mit diesem Kupferband. Das ist selbstklebend. Das ist ganz praktisch. Also wirklich wird einfach nur aufgeklebt und kann damit den Strom dann leiten. Hier sind jetzt zwei Stärken. 3 mm, das ist das, womit Sonja auch arbeitet. Das findet sie halt sehr schön. Das funktioniert sehr, sehr gut. Oder die 6 mm Variante, die auch auf dem Workshop zum Einsatz kam. Ja, einige haben das bevorzugt. Ist nicht ganz so friemelig. Muss man sehen, funktioniert beides. Viel breiter sollte es dann nicht sein, weil dann müsste es zugeschnitten werden. Macht unnötig Arbeit und so ist es halt sehr, sehr praktisch auch zu verarbeiten. Jawohl. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Stempeln. Das ist so das Erste. Das heißt, wir nehmen uns die Mattung zum Bestempeln. Die, die Größe hat... Maik, du musst das etwas runterziehen. Maik hat drüben mir gegenüber quasi über Kopf die Maße. Und jetzt hat er das da so doof runtergeschoben. Ich konnte das nicht sehen. Kappen wir uns. Also, das Große zum Bestempeln hat die Größe von 5,58 mal 4. Und da stempel ich jetzt als erstes mal drauf. Jetzt bist du wieder dran. Ja, ich hab da ein wenig gerettet. Stempelkissen. Werden natürlich gebraucht, wie wir sehen, drei Farben. Und zwar sind das hier die Farben Petrol, Chili und Pflaumenblau, die hier zum Einsatz kommen. Und ich hab leider noch eine Kleinigkeit vergessen. Ihr braucht noch ein Stück Farbkarton in Vanille Pur. Das kann ein Reststück sein. Weil diese Kugel, damit wir die hinterlegen können, hat natürlich einen Abstand. Und die muss separat gestanzt und ausgeschnitten werden. Klar. Das hab ich jetzt noch vergessen. Da brauchen wir noch so ein kleines Stückchen. Das mach ich mal eben als erstes. In Chili in diesem Fall. Und damit Maik nicht langweilig wird, schneidet der das jetzt aus. Ganz hervorragend. Freust du dich, ne? Ich freu dich. Ich mach dann weiter. Das Chili-Kissen brauch ich gleich noch. Ich stempel jetzt als erstes um so ein kleines bisschen, ja, wie soll ich sagen, damit die Abstände richtig sind. Ich sag mal, für mein Auge richtig sind. Nämlich die längliche Kugel und stempel die relativ am Rand. Das mach ich in Petrol. Und auf die andere Seite, nämlich diese ganz unförmige Kugel, die so ein bisschen wie plattgedrückt aussieht. Die setze ich ein ganz kleines bisschen höher, aber auch ziemlich an den Rand. Und wenn Maik mit dem Schnibbeln noch nicht fertig ist, mach ich einfach mal weiter. Hetz mich nicht. Ich stempel gleich den Spruch in Chili noch mit. Und zwar kommt der auch aus dem gleichen Stempel-Set. Das ist erst Weihnachtezehr. Das machen wir auch in Chili. Das setze ich hier ziemlich mittig drauf. Ich muss den ganzen Stempel ein bisschen beiseite packen. Und jetzt hat Maik natürlich die Schere. Das ist ja eine schlechte Vorbereitung. Jetzt ist es nicht so blau. Da mach ich mir jetzt einen Banner. Das heißt, ich schneide in der Mitte ein ganz kleines Stückchen ein. Schneide dann von einer Ecke zur Mitte. Und von der anderen Ecke auch zur Mitte. Und zack, hab ich mir einen Banner gemacht. Beziehungsweise auf der einen Seite erst. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Sehr filigran. Gille. Auch wieder einen Schnitt in der Mitte von einer Ecke zur anderen Ecke. Und schon ist mein Banner fertig. So. Was ich mit... Hier ist mein Reststück. Ah, hat der Maik noch. Was ich hier auch gleich machen kann, ist dieses kleine... Diesen kleinen Lichtschalter vorbereiten. Dann habe ich die Stempelarbeiten gleich alle fertig. Das mache ich mit Currygelb. Weil das so richtig schön knallig ist. Stempel ich einfach einmal ab. Und dazu nehme ich dann meine Halbzoll Kreisstanze. Stanze mir das einmal aus. Und das war schon. Das lege ich mir für den Moment mal an die Seite, weil das mache ich ganz zum Schluss. So. Jetzt haben wir das hier schon mal fertig. Und wie ihr seht, hier müssen wir jetzt noch die... Haltebänder. Haltebänder aufhängen. Aufhängen. Und ich habe ein Stempelkissen vergessen. Ja. Mit Schwarz wahrscheinlich. Und da bin ich schon wieder. Genau. Ich nehme das Memento Schwarz. Jetzt drehe ich mir das mal eben auf die Seite. Hier unten ist eine Schleife. Und diese Schleife will ich halt da rantüdeln. Ich kann das jetzt mit Augenmaß sehr gut stempeln. Auf dem Workshop haben wir gesehen, dass viele ein Problem damit hatten. Meine Lösung dafür ist, nehmt den Stempelmagic, wenn ihr das nach Augenmaß nicht machen könnt. Ich kann das recht gut nach Augenmaß. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin und gebe hier nicht voll an. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich gerade komme. Ja. Ich kann das tatsächlich gut mit Augenmaß. Ich mache erst den einen. Dann den zweiten. Und die Kugel lege ich mir jetzt dahin, wo ich sie gerne hätte und stempele mir das hier ungefähr so dicht ran. Weil die setze ich dann nachher dann ran. Die wird ja erhöht mit Dimensionals draufgelegt. Aber so habe ich ungefähr schon mal eine Ausrichtung. Das ist schon mal für den Moment fertig. So, als nächstes kommt jetzt der Aufbau. Und Mike hat gerade gesagt, oh super, das mache ich. Mehr, um deine Stimme zu schonen. Ja, natürlich. Apropos Stimme schonen, wo ist mein Bomber? Ich habe, apropos Bomber, ganz kurzer Einwurf. Falls irgendwer Husten hat oder heiser ist, kann ich euch diese super tollen kleinen Hustenbomber empfehlen. von Vilosa, Hustelinchen. Das ist jetzt keine Schleichwerbung. Die habe ich nicht irgendwie mit Produktplatzierung in meinem Video oder so. Sondern das ist viel, viel besser. Ich habe heute ein echt großes Paket bekommen. Und das muss ich unbedingt erwähnen. Und zwar von einer ganz lieben Kundin von mir, von Annette. Da waren diese super leckeren Bonschen drin. Da waren Salinos für meinen Mann drin. Da waren Waffeln drin. Da waren Piccolo drin, wenn es uns allen schon etwas besser geht. Da war heiße Zitrone drin und heiße Holunder. Was war da noch drin? Eine Karte natürlich. Also mit diesem kleinen Paket hat sie mir eine so, so große Freude gemacht. Mit so einem kleinen Genesungspaket. Ich habe auch heute Abend mit ihr telefoniert. Ganz, ganz toll. Und ganz ehrlich, diese Hustenbonschen, die sind nicht nur lecker, die helfen auch. Ich merke jetzt so langsam, ich habe ziemlich viel gequatscht. Deswegen nehme ich jetzt ein Bonschen und Mike erklärt weiter. Ja, als nächstes Schritt kommen wir nämlich dazu, unseren Vorhang praktisch schon mal zu installieren. Der von hinten hier auf die Karte aufgebracht wird. Der das Durchschimmern an den Stellen verhindern soll, wo es eben nicht scheinen soll. Dabei ist es ganz wichtig, ich zeige das mal hier, möglichst gleichmäßig von hinten aufzutragen. Dass die Abstände zu den Rändern überall gleichmäßig sind. Hat folgenden Hintergrund, dass nämlich an genau diesen Rändern, die man hier sieht, wird nachher das Schaumstofftape aufgeklebt, um das Ganze zu erhöhen. Wenn das Ganze nur etwas weiter rüber ist, dann hat man das Problem, dass der Schaumstofftape hier nicht mehr passt, der steht über. Von daher, dass sie wirklich einmal sauber mittig drauf bringen. Man kann das auch fixieren kurzfristig. Das zeigt dann ja jetzt aber gleich mal, wie das funktioniert. Ach, guck. Ja, was denn ist dein? Ja, fixieren ist nicht schlimm. Ich lege das hier schön mittig. Ich mache hier einfach mit Snail so einen ganz kleinen Punkt, damit das einmal liegen bleibt. Genau, das muss nämlich liegen bleiben an genau dieser Stelle, weil zurzeit können wir das schön zwar eine Leuchtdiode hinterbauen, das sieht aber noch keiner. Und die soll ja auch irgendwo durchschimmern. Und zwar möglichst direkt unter dieser Kugel. Dafür werden wir ein... Ne, macht doch mal ruhig. Dafür werden wir ein Loch nämlich durch diese beiden Mattungen pieken. Und zwar die Kugel einfach so anlegen an die Stelle, wo sie hin soll. Und an der Stelle, wo jetzt das Lochwerkzeug hin zeigt, soll das Loch, also das heißt schon mal hinhalten, die Kugel zur Seite und einfach hier so einen kleinen Pieker machen, dass man es sieht. Und ja, jetzt zum Durchstechen einfach dieses Stück von der Prickelmatte hinterlegen, damit man sich nicht in den Schreibtisch sticht. Und einfach durchpieken. In der Mitte durch. Und so ist man nämlich durch beide Karten und durch die Fixierung ist die Karte jetzt auch an der Stelle, wo es soll. Ein klein bisschen größer machen. Und das reicht noch nicht ganz. Deswegen auch mit der Schere. Man kann es aufschneiden, aber einfacher geht es natürlich, die Schere durchzustecken, ein bisschen hin und her drehen. Dadurch kriegt man das Loch so ein kleines bisschen größer. So ungefähr, das reicht schon. Die Ränder, die dabei entstehen, so ein klein bisschen abschneiden. Man sieht es zwar nachher nicht, aber so stört es auch nicht, gerade von der Rückseite, wenn die LED angebaut werden soll, hat man dann eine halbwegs glatte Fläche. Das ist doch schon ganz sinnig. Wenn das nicht ganz sauber ist, macht das nichts. Das wird nachher abgedeckt, also man sieht es nicht wirklich. Okay, das hier ist die Mattung, die wir für unseren Schaltkreis benötigen. Das lege ich jetzt hier mit drauf, wo es hin soll. Auch in den entsprechenden Abstand. Drehe mir das um und nehme mir einfach entweder einen Bleistift, ich nehme mir jetzt, ich habe jetzt gerade, hast du einen Kugeltreiber? Ja. Ich nehme mir einen Stift und mache mir hier einfach einen Punkt hin. Jetzt kann ich das hochnehmen, das brauche ich für den Moment nicht. Und an diesem Punkt, da soll meine LED, weil das ist dann nämlich genau mittig hier in dem gerade ausgepieksten Kreis. Und jetzt baue ich mir meinen Schaltkreis auf. Hier von dem Punkt ausgehend, da kommt nachher die LED hin, von da aus geht jetzt alles ab. Die kommt ziemlich zum Schluss. Als allererstes nehmen wir uns mal das kleine Stückchen, was für die Batterie oder für das Batteriefach gemacht ist. Hat eine Größe von zweieinhalb mal ein Einviertel, wird in der Mitte gefalzbar ein Einviertel, das knicke ich um. Und da kommt, das ist nachher quasi mein Schalter. Der kommt jetzt als allererstes mal drauf. Dann nehme ich ganz normal Snail und klebe das in die Ecke hier unten schön rein. So, das ist mal das allererst. Das zweite, was ich mache, ich nehme meine Schaumstoffklebestreifen. Nehme mir da ein, übrigens normalerweise sind die so lang, das ist die Originalgröße. Ich halbiere die immer sehr gerne, weil so lang brauche ich die nie. Ich schneide die meistens in der Mitte durch und arbeite dann damit. Das ist irgendwie einfacher. So, also ich nehme mir einen. Jetzt brauche ich mal meine Klebeschere. Und jetzt brauche ich so kleine Stückchen, ich sag mal, ja so zwei Zentimeter lang. Und zwar brauche ich davon vier Stück. Das wird nämlich meine Umrandung zur Batterie. Zeige ich euch gleich. Den klebe ich hier mal eben oben drauf. Und zwar, einen im Sinn, sag ich mal, den brauchen wir erst zum Schluss. Ich klebe das jetzt hier außen einmal rum. Ich klappe das Fach auf, mache erstmal unten ein, lege mir die Batterie dahin, weil das sind meine, wie soll ich das nennen, Batteriestopper. So, damit mir nämlich die Batterie nicht aus dem ganzen Gebilde hier rausfällt, gehe ich da jetzt einmal drumherum. Den letzten, oberen, deswegen einen im Sinn, den lasse ich jetzt noch offen, weil da muss ich jetzt nämlich gleich erst noch mit meinem Leiterband kommen. Aber das hier, ne, hier sieht man jetzt, da kann nichts rausfallen. So, jetzt kommt nämlich auch schon, also das ist nachher unser Schalter hier, und jetzt kommt nämlich auch schon, ich mache mal meinen einen im Sinn hier eben beiseite, jetzt kommt schon unser Kupferklebeband zum Einsatz. Und zwar nehme ich mir da jetzt, ich schiebe das mal auf die andere Seite, ich mache das so ein bisschen nach Augenmaß, so, und dann muss ich hier rüber, dann mache ich es ein bisschen länger, und einen brauche ich hier und dann da ein Stück runter, ein bisschen länger, so. Zwei solche Stückchen brauche ich. Ich knibbele das hier jetzt einmal ab, das habe ich auf dem Workshop gesehen, da haben viele fürchterlich lange dran rumgeknibbelt. Ganz kleiner Trick, einfach mit dem Fingernagel einmal gegen die Kante stoßen, und dann geht das sofort auf. Ich ziehe das hier ab, ziehe das aber nicht ganz ab, sondern nur so ein kleines Stückchen, weil dieses Kupferband ist wirklich ganz, ganz dünn. Wenn ich das jetzt komplett von dem Klebestreifen abziehen würde, würde sich das einfach nur zusammenknüllen und rollen. Das will ich nicht. Ich klicke das hier einfach um, und jetzt fange ich bei der Diode, die noch nicht, nicht Diode, bei der LED, die da noch nicht liegt, fange ich jetzt an und klebe mir das auf. Und ich muss jetzt zur Batterie, zum Batteriefach, und das ist super, danke. So. Wenn ich jetzt, ich ziehe euch jetzt mal ein kleines Stückchen rein, weil das ist auch wieder so ein ganz kleiner Tipp, mal ein kleines Stückchen nach hinten. So. Ähm, ziehe das nochmal ein bisschen weiter ran. Ich muss jetzt ja von hier ums Eck. Damit das schön glatt ist, nehme ich mein Klebeband und falte das quasi einmal so zur Seite. Und jetzt kann ich einfach weiter gehen und kann das hier rüber ziehen. Und habe hier eine ganz glatte Kante. Jetzt ziehe ich das hier weiter rüber, ziehe das weiter rüber, um das Batteriefach rum, und hier endet das. Das schneide ich, also brauche ich gar nicht abschneiden, das ist so dünn, das kann ich einfach abreißen. Das heißt, das geht hier einmal um das, diese Batterieklappe drumrum. Hier sind jetzt überall so kleine Wellen drin. Macht überhaupt gar nichts. Ich nehme einfach mein Falzbein und ziehe das ein bisschen glatt. Ihr müsst allerdings bitte ganz dringend aufpassen, dass ihr hier an der Kante nicht zu doll dran rummacht, weil da reißt das gerne und dann ist euer Schaltkreis unterbrochen und dann funktioniert das nicht mehr. Alles einmal kurz nachziehen bis auf hier die Kante. Das heißt, die eine Seite haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir den Schaltkreis von der anderen Seite aufbauen. Das heißt, hier zwischen kommt jetzt gleich die LED. Was ganz wichtig ist, die beiden Streifen müssen zwar dicht aneinander, aber die dürfen nicht, die dürfen sich nicht berühren, weil sonst habt ihr einen geschlossenen Schaltkreis und der funktioniert nicht mehr. Die LED ist relativ groß, wenn man sich das anschaut, die ist etwas breiter als das Klebeband und auf der Rückseite der LED sind jeweils an den Seiten kleine Kontakte. Und diese Kontakte, einmal hier und einmal hier, müssen auf das Band drauf. Das heißt, ich klebe jetzt das Band, ich mache das hier genauso wieder, ich drücke da einmal gegen und schon ist es offen. Das heißt, das zweite Band klebe ich hier oben wirklich dicht ran, aber die dürfen sich nicht berühren. Da ist jetzt ein Zwischenraum von vielleicht, na gut, ein, anderthalb Millimeter, mehr nicht. Ich muss jetzt das Klebeband, ich mache das genauso wieder, ich knicke das hier einmal rum, weil ich muss hier ums Eck, dann gehe ich hier rüber, dann knicke ich das wieder einmal hoch, weil ich muss wieder ums Eck und jetzt gehe ich runter und hier reiße ich das jetzt einfach ab. So, jetzt nehme ich mein Falsbein, das ich gerade nicht finde, ziehe das wieder alles einmal ein bisschen glatt und jetzt habe ich meinen Schaltkreis, der ist fertig. Schließen, ich lege jetzt hier die Batterie rein, nehme mein Stückchen im Sinn und klebe das hier oben rüber. Bitte hier das Band, die Abdeckung nicht abziehen. Das soll nämlich nicht kleben, sondern das bleibt jetzt so. In dem Moment, wo ich das hier jetzt runterklappe, habe ich einen geschlossenen Schumkreislauf. Da die Batterie hier verbunden ist und durch dieses Stückchen Kupferband, was ich, wenn ich es zuklappe, da berühre ich die LED, Entschuldigung, nicht die LED, die Knopfzelle, ist hier die zweite Seite. Das heißt, das ist mein vollständiger Schaltkreis, den ich schließe mit der LED, indem ich die hier jetzt rauf setze. Jetzt ist es so, ich halte das hier jetzt mal dicht. Wenn man die da einfach rauf legt, dann ist der Kontakt reicht schon fast. Manchmal reicht der Kontakt nicht aus. Das heißt, wenn ich hier jetzt einmal so ein bisschen rauf drücke, dann sieht man, das reicht. Um diesen Druck zu bekommen, lege ich die hier so hin, dass es gut passt. Nehm mal ein Stückchen von dem Tesafilm, durchgroßzügig, spanne das ordentlich, ziehe das richtig und klebe das über die LED, sodass es wirklich sich richtig schön spannt. Und jetzt ist richtig schön Druck auf der LED und wenn ich das jetzt zumache, leuchtet die LED. Das war der Aufbau vom Schaltkreis. Das ist wirklich nicht schwierig. Ich ziehe euch gerade mal eben wieder raus. Das ist eigentlich nicht schwierig. Man muss einfach nur darauf achten, einerseits, dass sich hier die beiden Kupferdrähte nicht berühren. Das ist ganz wichtig, dass man hier genügend hat und hier genügend hat, sodass man einen geschlossenen Kreis hinbekommt und falls euch irgendwo mal das Band beim Aufkleben abreißen sollte, was ja durchaus passieren kann, weil es sehr dünn ist, nehmt lieber das ganze Band ab und macht es nochmal, anstatt dass ihr überklebt. Weil in dem Moment, wo ihr hier etwas überklebt, ist die Chance 50-50, dass der Strom durchläuft. Also von daher lieber einmal abmachen, neues Band dran kleben und dann sollte das eigentlich funktionieren. So, meine Stimme wird langsam wieder etwas kratziger, das heißt, Mike übernehme wieder. Ich übernehme wieder, jawohl. Ja, genau, da bin ich auch schon und als nächstes geht es hier nämlich bei der Mattung weiter. Und zwar, unseren Vorhang, den wir so ein bisschen verziert hatten, der kann jetzt richtig mit Snail festgeklebt werden. Also, einfach den Snail drauf. Darauf achten, dass einerseits das Loch übereinander ist und eben, wie vorhin schon gesagt, die Abstände zum Rand, die jetzt ja eigentlich stimmen müssten, nochmal ein bisschen ausrichten, dass man hier so gleichmäßige Abstände hat. Das Loch in der Mitte passt auch. Sehr gut. Das nächste ist dann nämlich schon der Technikaufbau. Auch der wird einfach mit Snail festgeklebt. Hier an die Stellen, möglichst nicht über das Kupferband. Genau, die Batterie nicht vergessen, weil ansonsten leuchtet da nichts. Jetzt vor dem Aufdrücken, das ist natürlich ganz wichtig, ein wenig schauen, dass die LED direkt unter der Öffnung sitzt. Zack, da fällt die Batterie wieder raus. Ist das noch da, wo sie hin sollen? Ja. Das kann ein klein bisschen schräg sein, aber zu schief sollte es natürlich nicht sein. Hat noch funktioniert. Ja. Ich würde es immer noch einmal testen, durch das Rausfallen, der Batterie nicht, dass man die aus Versehen verkehrt rum reingelegt hat. Dann geht es nämlich auch wieder nicht, wenn man Plus und Minus sind vertauscht hätte. Das sind jetzt unsere Abstandhalter, um eben diesen Aufbau hier auszugleichen. Also die sind relativ dünn, da ist ein bisschen Platz. Aber die flutscht immer weg. Das hört gleich auf, wenn die aufgebracht ist. Ja. Einmal drauf, rundherum. Jetzt kommt nämlich das ganze Konstrukt schon auf. Auf die Kartenbasis. Das kann man so alles einfach so. Die schon im Vorfeld einmal knicken. Und eben mit dem Falzbein drüber auch eine saubere Kante zu kriegen. Dabei ein bisschen auf die Batterie achten. Wie gesagt, wir haben es gesehen, die fällt gerne mal raus. Von daher, wenn sie jetzt erstmal drauf sitzt, sollte das eigentlich vorbei sein. Ja, wunderbar. So weit funktioniert es schon mal. Jetzt kommt die beleuchtete Kugel einfach mit Mini Dimensionals. Zwei Stück, einmal oben, einmal unten, vier Stück, vier Stück, selbstverständlich. Und natürlich nicht in der Mitte, da ist ja die LED nachher. Ein bisschen weiter an der Wand. Genau. Auch hier das Papier abmachen. Und dann kommt die nachher an unseren Aufhänger, der ja schon drauf ist, einfach ausgerichtet. Theoretisch müsste das jetzt genau drüber passen. Praktisch auch. Wunderbar. Was fehlt? Das ist einerseits der Spruch und natürlich der Lichtknopf und das Washi-Tape. Das Washi-Tape, Entschuldigung, das hätten wir, bevor wir das draufgeklebt haben, hätten wir das eigentlich drauf machen müssen, habe ich jetzt verbaselt. Das heißt, macht das vorher drauf, ist einfacher. Das geht jetzt auch. Ist nicht so das Problem, wenn ich hier den Anfang finden würde. Aber grundsätzlich ist es natürlich einfacher, wenn man eine glatte Unterlage hat und jetzt natürlich der Schaumstoffgreifen drunter sitzt. Klar, ist dann etwas schöner, wenn es glatt liegt. Naja. Man kann nicht alles haben. So, und den einfach unten drauf. Und die Ränder dann, die überstehen, abschneiden. So ein klein bisschen hier reinknicken, dann hat man da auch einen sauberen Abschluss zur Seite. Also, wie gesagt, es geht auch. Es ist natürlich einfacher, wenn man eine glatte Fläche hat. Aber es funktioniert gar kein Problem. Zwischendurch immer mal testen. LED funktioniert. Alles gut. So. Jawohl. Jetzt kommen wir auch schon zu den letzten beiden Teilen. Den Spruch, auch mit Dimensionals. Einfach hier aufsetzen. Drei Stück. Ich mache immer lieber gerne einen mehr. Das ist... Ja. Sicher ist sicher. Dann biegt es auch nicht so ein in der Mitte. Bitte? Dann biegt es auch nicht so ein in der Mitte. Genau. Dann bleibt es nicht. Dann auf der Höhe. So. Bevor jetzt der Leuchteknopf draufkommt, also da kann natürlich einfach so ein bisschen Snail drauf. Der soll ja möglichst glatt aufliegen. Am besten mit dem Finger nochmal testen, wo genau ist dann die Mitte richtig von dem Lichter- oder Batteriefeld. Und an der Stelle dann einfach den Leuchte-Schalter-Knopf-Dingens aufsetzt. Leuchte-Schalter-Knopf-Dingens. Mein Herr. Funktioniert. Leuchtet. Tada. Sehr gut. Karte fertig. Ja. Also. Eigentlich ist die Karte relativ einfach, wie ihr gesehen habt. Man braucht natürlich ein bisschen Zeit. Man braucht ein bisschen Muße. Man braucht ein bisschen Ruhe. Das ist keine schnelle Karte. Dafür aber eine wunderschöne Karte. Alle Maße hierzu und auch alle verwendeten Materialien, nochmal die Bezeichnung der Batterie, der LED, des Kupferbandes, wo man es herbekommt, findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die da lautet www.die-papiertante-nf.de Ja. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Ich finde, das ist ein totales Highlight mit den LED-Karten. Absolut. Und noch einmal, traut euch. Das sieht kompliziert aus. Das ist nicht kompliziert. Das geht einfach. Das geht schnell. Ihr habt ein Video mit einer Anleitung. Spult immer hin und her, so lange, bis ihr das hinbekommt. Das bekommt ihr hin. Ich verspreche euch das. Sollte es irgendwelche Probleme geben, schreibt mir eine Mail, fragt einfach nochmal nach. Fragt auch unten in den Kommentaren nach, wenn irgendwo was unklar ist. Gar kein Problem, kriegen wir alles hin. Und einen besonderen Dank an meinen Gemahl, der mich wieder so nett unterstützt hat. Gerne, gerne. Und dann würde ich sagen, ja, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.